Die deutsche Olympiamannschaft ist am 12. Tag der Winterspiele in Sochi ohne Medaille geblieben und hat dadurch die Führung im Medaillenspiegel an Norwegen abgeben müssen. Im Riesenslalom der Männer verpassten die beiden deutschen Hoffnungen Felix Neureuther und Fritz Dopfer eine Medaille. Neureuther, der noch immer unter den Folgen seines Autounfalls leidet, landete auf dem 8. Platz, Dopfer wurde 12. Im Langlauf-Teamsprint hatten Hannes Dotzler und Tim Czarnke bis kurz vor dem Ziel die Chance auf den Olympiasieg. Doch nach einem Sturz beendete Czarnke den Lauf mit der Sipp-Bestenzeit. Auch das Frauen-Duo Denise Herrmann und Stefanie Böhler verpasste Edelmetall hascharf. Den undankbaren 4. Rang belegte auch das deutsche Biathlon-Team bei der Olympia-Premiere der Mixt-Staffel. Evi Sachenbacher-Stehle, Laura Dahlmeier, Daniel Böhm und Simon Schemm verpassten Bronze um 43 Sekunden. Erstmals seit 50 Jahren sind die Eisschnellläufer bei Olympia komplett leer ausgegangen. Die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein verpasste mit Platz 5 über 5000 Meter ihre 10. Olympische Medaille. Stefanie Beckert wurde Achte. Eine große Enttäuschung erlebten auch die deutschen Snowboarder. Weltmeisterin Isabella Laböck, Amelie Kober und Anke Carstens verpassten gar den Sprung in die K.O.-Runde. Selina Jörg scheiterte im Achtelfinale. Patrick Busler schied im Halbfinale aus und verpasste Bronze. Und auch das Drama des deutschen Bob-Teams ging weiter. Nach der historischen Schmach für die Zweierbordmänner gelang auch Sandra Kiriassis zum Abschluss ihrer Karriere kein Erfolgserlebnis. Die Rekordweltmeisterin wurde Fünfte.